ja dxp könntest schön dass du da bist jetzt mal kurz aufpassen also guck diese insel hier haben wir genommen so eine mini insel eigentlich chillig dann haben wir hier zwei wasserbecken was mehr als genug ist wirklich du kannst auch so viel saufen wir haben hier vogelhäuser hinten und ich habe über 300 federn nur von diesen vogelhäusern und ursprünglich hatten wir hier so eine brücke nach hinten gebaut das haben wir dann später um geändert in so eine rutsch in so eine seilbahn hier ich erst mal kurz was so in so eine seilbahn was ich nicht wusste mit der seilbahn kannst du einfach auch bäume verschicken das ist so cool wasser marsch so dann haben wir hier unsere fallen jetzt gibt ihr das einfach mal das ist so witzig wir stellen uns hier hinter hier hinter diese mauer ich du weißt ich bin heftiger sniper schütze schießen in den kopf und wenn die zu nah kommen rennen die in die fallen das haben wir ja komplett gemacht hier ist unser lederhalter aktivieren die mal schnell wieder man weiß ja nie so dann konnte ich immer von von hier chill ich die abfahren ach ich habe übrigens auch schon eine taschenlampe ja das war eigentlich ziemlich ziemlich nice hier hatten wir unsere fallen für die hasen und das geile behalt ja wir hatten sniper turm wir hatten ein aber den haben wir wieder abgebaut da war irgendwie scheiße das coole ist halt du kannst hier einfach bäume dran pflanzen habe ich mir hier noch eine bank eingebaut zum chillen du machst hier einen baum dran und dann geht der bis rüber zur base guck mal wie chillig das ist musst du nicht schwimmen oder so zack bis an der base dann haben wir hier unser lager und die ganze sachen lagern kannst und hier ist unser beet und guck mal wie viel du da essen kannst und das wächst so schnell wieder nach so zwei riesenbeete und das reicht mehr als genug für zwei drei leute ja das war richtig chillig und wie gesagt wir sind tag 22 und wir haben schon alles wir haben die kettensäge wir haben das katana wir haben zwei kassetten bisher wir haben drei von acht fotos hier das spielzeug ist fast fertig ich finde glaube ich nur noch ein stück oder vielleicht der kopf noch zwei hier hat das taucher ding ist jetzt angezogen tragen da fällt mir ein es gibt eine trophäe wenn man ein hai tötet ja ablegen das habe ich noch ja sonst haben wir nicht mehr gemacht aber sie ist inventar wird schon langsam voll ja da ist unsere base das haben wir alles gemacht da ist unser kleines bötchen muss man überlegen ganz am anfang haben wir dieses boot genommen voll mit holz gemacht und sind immer wieder hier rüber gefahren um diese scheiß blockhütte zu bauen weißt du wie lange das gedauert hat wir mussten bestimmt zehnmal hin und her fahren das war kein spaß da reich dir das war echt kein spaß habe ich habe ich habe ich doch oh ich habe schon wieder neue ich habe so viele leuchtfackeln auf diese schon geballert wo sehe ich das eigentlich stimmt die pistole habe ich auch wo sehe ich denn wie viel schuss ich habe eigentlich 57 schuss habe ich schon 57 soll ich mal schießen da hat er gerade keine auf den kann ich schießen auf die guck mal da ist noch ein dicker fällt die fällt die so runter oder schießt die gerade weißt du das muss ich ein bisschen höher zielen oder kann ich einfach gerade zielen keine ahnung ich will jetzt die schüsse nicht verballern weißt du ich speichere einfach nicht naja die fällt voll runter dem geht es gar nicht gut ja das ist unsere base schon geil ne also ich finde die ziemlich geil und hier kann man bestimmt noch sehr lang überleben wir waren noch nicht bei timmy wie Untertitelung. BR 2018